Herzlichen Glückwunsch zum Weltmännertag und natürlich herzlich willkommen in der Herrenstube. Es freut mich riesig, dass du da bist, denn wir haben heute ein riesengroßes Gewinnspiel vorbereitet zum Anlass des Weltherrentags, aber auch natürlich, weil wir die 100 Abonnenten geknackt haben. Das habe ich euch auf Instagram schon versprochen. Hier kommt das große Gewinnspiel. Und jetzt gehen wir doch einfach mal die Preise durch. Der erste Preis ist ein Deluxe Bartpflegeset von blackbeards.de. Darin enthalten ist ein Bartöl mit 30ml, ein Bartbalsam mit 50ml, eine Bartseife mit 200ml, ein Bartkamm aus Ahrhorn und eine Bartbürste mit Wildschweinborsten. Das ist schon mal der erste Preis. Gigantisch. Das Set kostet so wie es da ist auf blackbeards.de 94 Euro und ist ein grandioser Platz 1. Und schauen wir uns den zweiten Platz an. Als zweiten Platz gibt es zu einem ein Bartöl von der Firma Moods in der Geruchsrichtung Ocean Drive. Es gibt ein Beanie von den Barbaren und ich lege noch einen 50 Franken Gutschein für Moods.ch obendrauf, dass du dir auch noch ein paar Produkte so aussuchen kannst. Und wenn du dann meinen Gutschein Goat Herrenstube 20 noch eingibst, kriegst du nochmal 10% obendrauf. Das ist der zweite Preis. Der dritte Preis ist ein Bartöl von Moods wieder in der Richtung Ocean Drive. Dazu gibt es wieder einen 25 Euro Gutschein von Moods. Und die Socken, die ich im letzten Video von Shave Masters vorgestellt habe, lege ich auch noch obendrauf. Der vierte Preis ist ein Bartöl von Moods wieder in der Richtung Ocean Drive. Dann lege ich wieder einen 25 Franken Gutschein für Moods obendrauf. Und es gibt noch ein S-Band Parfüm, was auch gigantisch gut riecht. Und dann haben wir noch den fünften Preis. Das ist ein Bartöl von Bart Barossa in der Berichtsrichtung Limonetto. Und ein Prodazo Parfüm in der Geruchsrichtung Wood & Spice. So, das sind die Pakete, die du gewinnen kannst. Was du dafür tun musst, ist eigentlich recht einfach. Abonniere meinen Kanal, mach das Glöckchen an, gib dem Video einen Daumen nach oben und schreib unten in die Kommentare. Hashtag Weltmännertag 2019. Das Gewinnspiel, das geht bis zum 30.11., also noch 11 Tage. Und die Gewinner werden dann am 1.12. hier auf meinem YouTube-Kanal bekannt gegeben. An dieser Stelle möchte ich nochmal allen meinen Partnern und Sponsoren danken, dass sie diese tollen Produkte mir gegeben haben, damit ich dieses Gewinnspiel vermöglichen kann. Und euch nochmal danken für den Support, den ihr mir gebt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gewinnspiel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Herrenstube. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.